Wieder ein Bär, dann einfach diese kleinen Elemente, ein Wasserrad zum Beispiel, das sich dreht, oder ein Schiff. Und lasst uns einfach mal auf das Schiff gehen und mal schauen, wie das Ganze dann so aussehen kann. Und diese Atmosphäre, die durch diese neuen Features möglich gemacht werden, die wollten wir für euch einfangen. Und wir sind selber total begeistert, dass das so funktioniert. Jetzt gehen wir mal kurz am Land entlang und schauen mal, wo uns der Fluss dann einfach begegnet. Denn wenn ein Fluss die ganze Location sich durchzieht, dann gibt es natürlich ein Problem. Wie komme ich letztendlich an die andere Seite? Die simple Frage, oder es sind andere dafür, ist einfach eine Brücke. Aber wir wollten es nicht simpel machen. Wir wollten weitergehen, wir wollten zeigen, hey, wir können es auch mit einer Fähre machen. Wir können ein dynamisches System setzen, das wieder zu funktioniert. Wir fahren mit unserem Land auch für eine Fähre und setzen über. Und das ist so das Neuere, wie man sowas bedenkt. Und wir sind selber sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Wir machen das auch zum ersten Mal. Und das ist natürlich, wenn da eine Flussbewegung ist und ein anderes Roll kommt, dann muss die Fähre stoppen. Und man muss schon warten, bis die Fähre kommt. Wir werden sehen, wie das dann ist. Das ist nicht wichtig. Dann haben wir hier unsere kleinen Knüsse, unsere Bachläufe, die hier schon aus der Fluss zu sehen. Was wir selber machen. Und die haben wir hier auch natürlich verwendet, weil wir aufeinander aufbauen. Jedes Feature, was in ein Landwirtschaftssimulator reinkommt, ist verankert dann und wird Teil des Repertoires. Natürlich kleine Brücken, wo wir diese kleinen Bäche dann überwinden können. Man kann aber auch durch diese Bäche durchfahren, damit sie selbst nicht als Barrieren dann angesehen werden. Denn das würde das Geld ja nur unterbrechen. Aber hier eben auch so ein Great Elewater, in dem man in St. Kronen fahren kann, damit das Ganze eingebettet wird. Ja, damit man das Gefühl hat, dass der Fluss auch Teil und Spiegel ist. Und nicht nur St. Kronen fahren, ich kenne nur die ganz alten Schlepperwaren. Ja, da waren alle da. Das ist ja mal ein bisschen warm. Genau, das haben wir schon gesehen, die Broadways-Sichtschaften, die durch die Bäume, die sind neue Bäume. Das ist weiterhin ja schon integriert worden. Das ist ja immer krasser an den Bäumen gewesen, gewisserweise. Wir können jetzt vom Bau ab sprechen. Früher waren es einfach nur Bäume. Das war ein stereotyper Baum. Wir hatten zwar auch schon verschiedene Baumarten drin, aber so haben wir es sich unterschieden. Und jetzt haben wir durchaus richtige, also richtige Räume von den verschiedenen Stadien. Da sind schon ein Spiel daheim rumstanden und da sind viele Spiele. Und die Kronen sind auch besonders wirklich gestaltet, damit sie mit dem Licht gut interagieren können. Damit das Licht durchbrechen kann, dann müssen wir die neuen Baumbrunden öffnen. Sonst hätte man einfach nur ein Bretterwerk, das nur verhindert, dass es nicht durchsteigt. So haben wir auch die Gensifikation entsprechend neu gestaltet. Alles, was Sie im Handelschaftsberater 25 sehen werden, ist überarbeitet. Selbst wenn es alte Modelle sind, weil wir auch alten Dinge aufbauen, eine Tradition auch haben in der Grafik. Versuchen wir die neuen oder wenn gerade neue Pläume oder Elemente oder Pflanzenstrukturen kommen, dann müssen natürlich alte Sachen auf das Niveau angehoben werden. Was ist eigentlich eine billigste Lässe? Scheinen sie deplatzieren. Ich habe hier einfach noch ein paar Bilder rausgesucht. Und das macht natürlich auch was für den Fruchtsorten nicht. Es kommen neue Fruchtsorten rein, zum Beispiel der Spengal. Aber deswegen müssen wir an nur einem Produkt, wenn wir mit einer neuen Technikverhandlung eine höheren Auflösung, dass sich alle anderen Fruchtsorten auf und nach der Augen, dass wir in den Spielen sehen. Alle Fruchtsorten, alle Pflanzen haben eine höhere Auflösung, die doppelte Auflösung. Das sind viermal so viele Gipsen, die wir nutzen können, um euch ein entsprechendes aktualisiertes Bild von diesen Pflanzen zu geben. Hier mal wirklich eine rausgegriffen, eine neue Pflanze, die dann natürlich auch einzeln zu setzen sein wird. Auch das Gras ist viel detaillierter und viel hervorgehobener. Das findet auch dadurch statt, dass der Schotten von Vegetation viel klarer und deutlicher ist und die einzelnen Gras-Elemente voneinander trennt, damit es auch in den Boden einwecklen viel besser geht. Okay, wir haben die Pflanzen nicht nur auf dem Boden oder auf dem Feld, wir haben sie auch auf Gebäude gesetzt, damit auch ein bisschen die Kultur etwas durchscheint. Willst du gerne, wie ein Hippie-Weilgeblumen auf dem Bibi? ...als gewendet zu zelebriert, die ein Silo mit solchen Dumen dann besetzt. Hier mal ein Screenshot, der alles zusammen sagt. Und ihr seht ja dann schon, es geht darum, viele sagen, es schaut realer aus. Ich bin da mal nicht so vorsichtig. Es geht nicht um Realität, es geht um Emotionen. Was wir jetzt machen können, ist eine emotionale Gestaltung unserer Landschaft. Und das mag man auch als realistischer Ansicht, weil wenn wir in einem Sonnenuntergang schauen, mit Gleick bis Gelb tönen, sich den Himmel einfärbt und die Wolken einfärbt, dann sitzen wir staunend davor und denken, das kann ja gar nicht real sein. Das ist so übersättigt oft einmal, was Natur bieten kann, dass wir daran erstmal hinkommen müssen. Und da ist der Zugang für mich durch die Emotionen. Und das geht über die Features, die wir haben. Durch den Nebel, durch die Komplexität der Vegetation. Hier auch mal ein Screenshot, den man muss ganz ehrlich dazu sagen, den ihr so nicht im Spiel finden könnt, weil ich hier mit der Kamera direkt auf den Boden gegangen bin. Und das muss man sich erstmal trauen. Weil im Allgemeinen, wenn man eben nicht so viele Möglichkeiten hat, dann wahrt man etwas Distanz und Abstand. Aber wir können mittlerweile richtig nah herangehen an unsere Sachen. Und warum Sie scheuen, genau diese Distanz oder diese Nähe zu suchen zu unserem gestalterischen Objekt. Das mit den Bodentexturen wurde vorher schon genau beschrieben. Und es fühlt hat sich zu einer Kuriosität, dass wenn ich im Level diese kleinen Bäche einrichte, selbst nicht mehr sehen kann, wo ist die Kante zwischen dem Terrain und meinem Modell. Und sehr genau schauen muss, richtig mit der Lupe, wo muss ich eigentlich meinen Übergang anmalen, wo ist eigentlich genau die Textur, die ich beeinflussen kann, weil ich es selbst nicht mehr wahrnehmen kann. So detailliert ist es als nur. Und das zeigt euch jetzt mal hier in einem ganz kurzen Bereich, wo wir einen Wald generiert haben. Lass es einfach mal da ein bisschen durchgehen. Und da sieht man eben, dass die Bäume jetzt richtig Händenstruktur haben. Dass eben die Komplexität, die es einem erlaubt, die Bäume zum einen sehr eng zu setzen, als auch, da sie... Also nicht ein Loch, als eine Kohle haben, wir viele, viele Möglichkeiten haben, das Ganze zu arrangieren. Das hat aber auch einen Fluch, der sich hinterher zieht. Dadurch, dass die Bäume jetzt so individuell wirken, merkt man auch, wenn man aus Versehen einfach nur einen Baum identisch zwei Meter weiter kopiert hat und in derselben Ausrichtung dort sitzt. Plötzlich merkt man das. Früher hat man das nicht gemerkt. Jetzt gehen wir in eine höhere Kategorie von Gestaltung, wo wir genau diese Fehler haben, dass ein Copy-Paste plötzlich aufwarten kann. Kann ich überhalten. Das macht viel mehr Arbeit auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist es eben wert, weil endlich siehst du dann auch dein Endbild und sagst, ja, die zwei Stunden haben sich richtig gelohnt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass diese Freude, die wir dabei ja in Gestaltung befinden, die unsere Grafiker uns zur Verfügung stellt, uns Laserdesignern, als auch natürlich die Grafiker selbst an dieser Sache arbeiten, dass das auf euch überspringt. Ich danke dir für die Aufklärung. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Denn das, was wir in der Vegetation als Wirklichkeit dazu gewonnen haben, ist natürlich auch bei den Gebäuden der Fall. Auch für die Gebäude gilt es die Auflösung, die Texturauflösung, die doppelte Auflösung teilweise ist, als das, was wir vorher hatten. Das gilt für diese sogenannten Deckels, diese Elemente, die am Haus selber angebracht sind, wie Rostflecken oder irgendwelche, ja, Fragmentierungen am Mauerberg, was auch immer, ja, oder auch Wasser, das heruntergewonnen ist und Spuren hinterlassen hat. Plötzlich kommen wir in einen Detailgrad rein und die Grafik kann für uns so viele neue Elemente präsentieren, dass auch hier der Arbeitsaufwand enorm angestiegen ist. Und ich zeige Ihnen einfach mal, was ich da befreie. Früher hatten wir auch schon so ein paar, sag ich mal, die Benutztheit eines Hauses darstellen können. Aber das können wir heute auch viel intensiver haben. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir es nicht zu übertreiben, weil sonst sieht das Haus einfach abgeranzt aus. Zu alt. Das ist eigentlich eher untergekommen. Also man muss ganz zutil diese Elemente einsetzen, so dass man merkt, ja, da ist Leben, das ist eingeflechtet, das ist benutzt, da ist Wetter, das ist an der Haus ein Winterspiegel. Aber jetzt müssen wir noch eine angenehme Benutztheit darstellen. Aber auch in der Komplexität und Weiterefreiheit in unserer Gebäude früher hatten wir oft einmal so diese dass wir alles sehr kompackt gehalten haben. Hier ist es der Animal Trader, der eben eigentlich eine der ist zwar relativ klein, wenn man einen großen Betrieb kann der sich über mehr hundert Meter erstrecken, aber eben gerade in der Komplexität und der Fachschachteltheit wollten wir eben ein neues Flair bieten. Aber dazu eben auch die Tiere zeigen. Das ist auch etwas Neues, was wir jetzt machen, was auf dem Mod Max auch schon öfters gemacht wurde und uns auch immer inspiriert hat, dass ja so ein Betrieb nicht einfach nur ein leerer Kasten ist, sondern dass man eben Gehege hat, wo die Tiere auch ihren Auslauf haben. Dazu auch die ganzen Bodengestaltung mit dem Diekelz, die vorher angesprochen ist. Wir haben viel mehr Möglichkeit, unsere Bodengestaltung zu navigieren. Wir haben auch viel mehr Zäune als vorher. Wir haben so viele Zäune, dass wir Schwierigkeiten haben, euch alle durchzuschollen. Wenn wir im Spiegel, das könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr diesen Tab aufmacht und diese Zäune, die wir euch bereitstellen und zur Verfügung stellen, dann müsst ihr jetzt ziemlich lang durchscrollen. Das ist jetzt ein Fluch, der natürlich auch hinzukommt, aber eben auch damit diese Vielfaltpalette, die zuvor niemals nachgelesen ist. Wir haben das Zäune mit dem DSA, das Eastern European Web da eben schon mal gesehen hat. Da wurde das schon mal ausgespielt, diese Karte. Und das ist jetzt nochmal viel intensiver Dach. Ich habe hier aber nochmal ein paar Beispiels für Zäune, damit wir sehen, wie die unsere Grafik da dran dreht. Und auch wirklich keine frühe schlaufe mittlere schrauben und nichten an den Zäune dran. Das geht noch nicht so weit wie bei den Behegeln bei den Fahrzeugen, wo das natürlich eine simulierte Situation ist, wo die Schraube auch ihren ganzen Kopf akkupaten Platz hat. Hier haben wir immer noch Gestaltung, wir schauen einfach, wie es für uns am besten aussieht. Es sind keine gebrannten Zäune, die wir hier haben. Aber wir kommen an diesen Detailgrad der Fahrzeuge immer näher. Ich zeige euch einfach auch ein Bewegtbild, das eben dieser Tierhändler. Das alles ist noch ein bisschen work and progress. Also ihr seht zum Beispiel, wenn ihr hier genau aufpasst, wenn es hier um die Kurve geht, hier ist ein Bereich, der ist nicht bearbeitet. Der ist noch recht eintönig und monotone. An anderen Stellen kommen diese Decay schon zum Tragen und schon wird es viele Varianten reinführen. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, wir müssen noch in Fine Collation gehen, aber das, was wir schon ausprobiert haben, das ist auch für uns sehr inspirierend und ist viel Arbeit und führt auch dazu, dass viele von uns die Abendstunden reingehen um das zu verwältigen, aber es macht einfach viel viel Spaß. Die Tiere sind jetzt ein bisschen in der Distanz gehalten, hier sind ein paar Scharge, Pferde vorbeigekommen, vorher waren die Kühe da, hier seht ihr schon mal eher finaleres Produktverlern und Gestaltung, aber einfach, dass diese, dass die Umgebung eben nicht sein wird, das wird euch auch im Spielfiedel dann begegnen. Und das sehe ich eben auch als ein Element, als Grafgelegen, nicht der Sirenismus, sondern der Emotionalität. Der Formers-Markt oder da, wo wir unter dieser eine Abladestelle, wo man viele Sachen hinbringen kann, hauptsächlich aber Paletten. Und in dem Fall haben wir auch ein Gebäude. Das kennt ihr. Es ist in allen Varianten des Landwirtschafts- enzimulandes zu entdecken und auf jeder Karte zu fahren. Das ist ein Standarddeck. Aber hier gehen wir einen weiteren Weg. Wir gehen noch mal näher ran. Genauso wie ich vorher meinte, wir scheuen nicht mehr die Distanz oder die Nähe. Und deswegen können wir eben abgesehen von einem Traktor dort hinfahren und mit einem Trailer die Sachen dort abladen. Wir können hineingehen Und dort seht ihr momentan noch leere Regale und leere Ausfindungskörper. aber wenn man einmal zurück einmal zurückgehen aber wenn man dort Sack hinbringt, wenn man Tomaten dort hinbringt, dann füllen sich die hinbekommen kann. Das ist interaktives Gesang von gestalten. Das heißt, wir bleiben nicht mehr an der Schütte und tun nur abladen, sondern wir kriegen mehr ein Gefühl. Das Zeug auf dem Feld kommt bei uns auf den Teller. Da sind wir noch nicht. Aber das wäre genau das Ding, wenn wir irgendwann mal tatsächlich einen Kühlschrank aufmachen könnten, uns einen Teller vorsetzen könnten, ein Ei in die Fange schlagen können und unser Gemüse dann entsprechend auf dem Herd platzieren. Ja? Vom Feld auf dem Teller. Und das ist ein Zwischenschritt. Ich bin da super stolz, dass unsere Grafik zum einen das gemacht hat, unser Gangesigner da viele Arbeitsschrungen reingesteckt hat, um das zu ermöglichen. Das Ganze so, aber nicht nur. Aber gerne, ja. Wie hast du die Ideen? Aber nun. Das war uns noch nicht genug. Denn der Farmers Market ist eben wie so ein Großindustriegebäude, egal wie man es definiert, visuell. Ja? Aber es ist sozusagen auch noch immer eine Distanz weit entfernt. Wir wollten noch kleiner gehen. Kleinteiliger gehen. Man kann auch einen Stand für sich definieren. Auf seinem Hof, wie es auf vielen Höhen der Fall ist. Und dort eben seinen eigenen kleinen Farmers Market aufbauen. Und dort eben seine Potenzial hinliefern. Und dort fühlen sich die Körper. Und das wird ein automatisches passives Einkommen sein, das dann zusätzlich generiert wird. Ähnlich wie es mit den Solaranlagen ist. Und dadurch ist es noch näher und noch greifbarer für die Spieler. Und warte noch einen Moment ab. Und jetzt haben wir gesagt, ja gut, wenn wir das nun für den Farmers Market machen, dann ist es ja auch ein bisschen isoliert und gekrapselt, oder? Wir können das doch für alle Produktion stellen. Wir können eine kleine Schweinerei aufbauen. Wir können eine kleine Käserei aufbauen. Und so weiter und so fort. Und das ist der eigentliche, das eigentliche Notum, dass wir diese Großgebäude, die wir als Fabriken und Großanlagen haben, dass wir das jetzt alles in klein auch noch darstellen können. Das kleine und das große Markenkonsumus und das kleine und das große Markenkonsumus und das war immer schon da. In allen Landwirtschaftsrevisionen war dieser Gedanke da. Und jetzt hat das GenDesign das realisiert. Und ich bin da so dankbar dafür. Also wirklich, ich kriege selber Gänsehaut. Weil das ist wirklich dieser Sprung, das ist erfahrbar. Weil sonst einfach die Distanz, dann ist es schon Wirtschaftssimulationsding, aber ich habe da nichts mehr damit zu tun. Ich bin nicht mehr Teil von dem ganzen Prozess. und den holen wir hier zurück. Und dazu wird es auch nochmal, bestimmt nochmal ein extra technisches Tutorial geben. Hier einfach nur der Vergleich von dem kleinen zum großen. Ist nicht ganz akkurat, weil das ist einfach eine Abladestelle, wo man morgen dann eben umladen kann. Aber es ist jetzt in dem Sinne keine Hülle, aber wie das Kleine eigentlich gezeigt hat. Aber es soll einfach nur, dass dieses Thema Groß und Klein euch vor Augen führen. Und dazu kommen hier auch nochmal genau dieselben Themen. Die Posturaufferung ist erhöht worden. Die Detail ist Genauigkeit von mittlerweile der Strom und wie in der und solchen Gebäuden verbaut sind. Das ist ja etwas, wo man gar nicht gleich Aufmerksamkeit drauflegen soll. Ja, wenn ich es jetzt hier so ausstelle, es wird ja euch im Spiel dann ganz unmerklich begleiten. Aber dieses, dieser Detailreichtum, der ja auch unter der Distanz kaum sichtbar ist. Aber wenn ihr eben kurz daran vorbeiziegt, dann plötzlich merkt ihr, dass diese Objekte euch diese Nähe auch gestatten und dass ihr euch nicht quasi so abwenden müsst. aussieht, ja. Aber ihr könnt genau drauf hinschauen und könnt dieses Teil genießen. Das wird dann ganz selbstverständlich sein, wie eine Art Filmmusik sozusagen, die gar nicht unmerklich im Hintergrund da ist, aber die auch das Gefühl geben soll, dass alles viel nahbarer ist. So, hier ist es die Sägemühle. Ihr seht doch ein bisschen Leeres an. Das wird so nicht mit euch dann präsentiert werden. Aber wir haben es einfach mal mit reingenommen, dass ihr euch organisiert sein könnt. Ja, es gibt auch Holzverarbeitungen, die wir auch entsprechend unterstützen, so wie wir es unter Server Run Forest gemacht haben. Und natürlich muss das Ganze auch, wenn wir schon dieses Thema was haben, dementsprechend mit dem Schluss wieder vergrüßt werden. Und dementsprechend haben wir auch unsere Lok, unsere Rollstämme, die dann eben mit einem kleinen Teich gesammelt werden und dann in das ganze Sägewerk hineingezogen werden. Hier ist alles noch statisch und unangenehm. Ich fand es eben ganz gut, es euch mal zu zeigen, weil ihr werdet dann diesen Vorher-Nachher-Effekt, das Spiel sehen, wenn dieser Bereich dann benötigt ist. Wenn die Baumstämme im Wasser schwimmen, wenn sie dann hochgezogen werden von einem automatisierten System und dann in die Säge hineingezogen werden. Denn nicht alle haben Server und Preuss dann vielleicht als CSU sich zugeholt und kennen nicht diesen ganzen Prozess. Von daher wird das etwas sein, was für diejenigen, die das neues Hauptspiel kennen, auch ein neuer Aspekt sein wird. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Entfangen verloren. Ja, das ist eine weitere Produktionsstätte, weil wir ja auch immer dieses Thema mit der Holzfahrendung haben. Und dann fällt euch ja auch vielleicht aus, jetzt haben wir eine Bilderrahmenfabrik oder eine Holzdachschindelfabrik. Wir versuchen immer neue sozusagen Arbeitsbetriebe zu finden, damit es nicht immer auch dasselbe rauskommt, dass der Schreiner da ist und die Sägemülle, sondern dass man eben auch eine Variation dabei hat. Einfach vom zehlerischen Aspekt der ganzen Karte. Und hier haben wir jetzt einen Art Kunstschreiner, der ganz besondere Kunstelemente formt. Der hat aber auch noch eine große Bandbrette, der hat einen Kletterpark nebendran, den er nochmals so als zuziehbare Bewirtschaftung dann für seine Trainer anzieht. Und der wird dann auch ein ganz spezielles Projekt an euch oder Vorschlag haben, dass er ein Projekt hat, bei dem ihr euch mit einbringen könnt und ihn dann jeweils beliefern könnt. Hier nur die Stangen von einem Kletterpark, die noch nicht so ganz fest installiert sind. Und wenn ich jetzt mich umdrehe, dann komme ich zu diesen speziellen Obdämen, die ich meinte, die ich ein bisschen vermieden habe zu benennen. Er macht eben kleine Traktoren, Spielzeuge, Kinder für kleine Parks und ist eben so ein bisschen beteilverliebt, hat so seine eigene kleine Schreinerei, kann aber auch mit anderen Feieradien umgehen. Und ja, ihr werdet dann schon überrascht sein, mit was für einer Idee er auf euch zukommt und was er von euch dann auch alles haben möchte. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr denen dann helfen wollt oder nicht. Aber ich darf nicht mehr sagen. Ich würde es umgehen. Aber wenn ihr das schon mögt, dann freut euch wirklich auf das Techniker hier ist. Aber er macht nicht nur kleine Traktoren, er macht auch so für Reit-Parcouren dann so kleine Hindernisse. Es ist ein ganz witziger Erklärung. Da gibt es auch nochmal die Holzzäune, in dem Fall. Also, es sind über 100 Zäune, die ihr verwenden könnt. Es ist nicht ganz akkurat, es sind nicht unter Zäune nur für die amerikanischen Map, es sind eigentlich auch Kämmerade aus alten Zäunen, Zäune von der Celonca Map, als auch Zäune von amerikanischen Design, als auch asiatischen. Ja, da sind wir schon mal. Hier nochmal ein kleiner Traktor, als Sprung-Element hier. So. Ja, aufgrund dessen, dass der so eine kleine, ja verschworene kleine Werkstatt hat, so einen kleinen Holzbau aus einer Hütte, die er dann nochmal sich zurecht gebaut hat, wollte ich euch noch ein paar Gebäude zeigen, die wir auf der Karte aufgebaut haben. Gerade die erste amerikanische Karte hat ein wunderschönes Flair von vintage Gebäuden, von alten Gebäuden, aus verschiedenen Zeiten gebrochen. Und es ist irgendwann mal aufgefallen, als wir es die Korn-Innovatoren immer gemacht haben, auch die vergangenen. Wir haben in den vergangenen Versionen also etwas mitgekwartet zurückliegt, so diese Holz-Elevatoren gezeigt. Oft einmal, das Bridge Hill, auch mit anderen Karten. Und uns ist aufgefallen, ja, das sind eigentlich, das sind eigentlich alte Museenstücke mittlerweile. Die sind vor 100 Jahren gemacht worden, die werden gar nicht mehr verwendet. und diese ganzen Vintage-Gebäude, die eben teilweise von 1900 Backsteinen bauten, diese Paper Mill zum Beispiel, die auch am Wasser gebaut ist, an einem Fluss, die könnt ihr leider selber nicht setzen, die ist wirklich eingebettet in die Landschaft, die gibt es so nicht mehr. Da habe ich alte Pläne gefunden, nur noch alte Fotos 1920, und habe versucht, das Ding zu rekonstruieren, dann an die Grafik übergeben, die Grafik hat nochmal dieses wirklich schöne Schmuckstück draus gemacht, und so wieder dieses alte Gebäude zum Leben erdeckt. Alte Scheunen, alte Holzbaume, Timberber-Elemente, die da eben verwendet werden. Dann natürlich im Amerikanischen auch das Thema der Wagen, der alten Western-Wagen, ist hier zu definieren. Und wenn ihr durch die Landschaft geht, dann werden wir immer wieder irgendwo solche Fragmente von kleinen Scheunen, Alpen, Showbahnen und Bahnen entdecken. Da sind eine ganze Menge gesteckt, um ganz tolle Kriege dort zu finden. Aber auch für die Hofgebäude haben wir alle Scheunen, alle Bahnen, alle Vierstände geöffnet, so dass ihr wirklich jedes Element betreten könnt, die Türen aufmachen könnt, Licht machen könnt. Und das sind wirklich eine ganze Menge, wir sind jetzt nicht so wie die Zeune, weil ein Zaun halt ein bisschen einfacher zu herzustellen ist, als so ein kompletter Innenraum von der Scheune. Aber das ist schon auch etwas, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass wir eben die Performance machen, in diesen Innenraum euch nähern. Und damit ihr mal ein bisschen, auch hier zum Beispiel diese Drain Elevator, ja, diese Alpen-Filmniere, die wollt ihr auf eine gewisse Art und Weise feiern, weil das ist, die Amerikaner, wie ich in verschiedenen Haus- und Foren-Einträgen gesehen habe, wirklich ein nationales Mut. Und das muss man wirklich mal wahrnehmen und drauf hinbekommen. Und auch den Wehmut, den das Ganze erzeugt, wenn man so einen alten, kaputten, heruntergekommenen, einen Elevator sieht. Das Gefühl, das wollten wir euch mal zeigen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und um diesen Bereich Hagen kommt, das liegt im Zentrum für den Paläut. Und ja, und zwar die Kanzlei Kanzlei, das sind die Kanzlei Kanzlei recording. Und da even quartz, Und das natürlich hab ich dich Då kam, die steht da. im Sommer, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.